Ich glaube, das ist nur die eine Stelle, die sich da rumdreht. Das ist trotzdem dumm. Ich wollte ihn noch gar nicht einsammeln. Alles okay. Alles okay. Nein, ich warte. Wie immer. Soll ich die nächste probieren? Weil die nächste passt überhaupt nicht. Na, den aber. Den nehmen wir. Ich glaube, ich kann da auch einfach drüber laufen. Weil nicht mehr hätte ich damals gemacht. Es ist so dumm, dass man da nicht hochkommt. So, was ist da? Also, wenn ich mich dann noch konzentriere, dann sehe ich sowieso schon, weiß ich nicht, wie Teufel aus oder so. Und wenn dann sowieso schon irgendwas nicht läuft, dann ist aber, wie gesagt, mein normaler entspannter Gesichtsausdruck ist böse. Meine Mutter, ich habe das 100 Pro von meiner Mutter, weil meine Mutter kann das genauso. Also, wenn die entspannt guckt, dann sieht das so aus, als ob die, weiß ich nicht, als ob der gerade die Blumen kaputt getreten hat oder so. Resting bitch face, genau. Resting bitch, genau. Könnte ich mir vielleicht auch mal in mein Twitter-Profil schreiben. Einfach nur so rbf. Okay, da bin ich zum Glück nochmal hochgekommen. Den Nächsten nehme ich. War ein Fehler. Auf jeden Fall. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, okay, wir haben hier ein bisschen Zeit eingespart, das ist ja wundervoll. Auch wenn es nur ein bisschen ist, aber wir haben Zeit eingespart. Was war das? Mir passieren manchmal Sachen so, wo ich mir denke, what? Oh Mann, ich hasse diese Stelle, die ist so dumm. Was ist passiert? Ich habe es gerade noch gesagt, hier passieren manchmal Sachen, wo ich mir denke, what? So, das meine ich, da kann man einfach so drüber laufen. Oh man, in your face, biatch. Ja, runter, runter, runter. Ich würde gerne liebend gerne lesen, was ihr könnt. Ich weiß nicht, was ich gerade geschrieben habe in den Chat, aber ich muss leider gekuckeln. Mann! Das Knistern bringt mich jetzt auch nicht gerade weiter, welches da gerade in der Küche stattfindet. Das Problem ist, ich kann jetzt einfach Pause machen und Tony Hawk spielen, weil Tony Hawk wird mich wahrscheinlich genauso abfacken. Oh, Mann! Hä? Noch muss da jetzt jemand Wasser kochen. Allgemein Geräusche kann ich jetzt gerade überhaupt nicht haben. Ja, ist gut hier. Und wenn ich den kriegen würde, dann würde ich auch direkt auf Anhieb dazwischen. Aber den kriege ich nicht, weil ich zu langsam bin. Ja. 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 Ich krieg das nicht hin, den ersten da zu kriegen, ne? Tony-Cock spielen, ja. Mann. Was war das denn? Ich kann's nochmal wiederholen. Es passieren hier teilweise Sachen, wo ich mir denke, what? Ich kann das so oft sagen. Ich kann das alle fünf Minuten sagen, irgendwie. Gut. Wir machen hier vielleicht erstmal Pause oder auch Schluss. Mal gucken. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Live-Let's-Play, also es ist jetzt nicht nur noch hundertprozentig zu Ende, sondern wir machen immer noch, irgendwann kommt auch noch hier das Volt Relikt. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's-Play bis hierhin gefallen und hoffentlich sind wir uns beim nächsten, also beim nächsten Mal dann wieder. Tschüss!